Das Plugin Core Protect hilft dir, Griefer zu finden und ihren Schaden wieder rückgängig zu machen. Als erstes musst du das Plugin installieren. Downloade es dir von der Spygate-Seite, lade es in deinen Plugins-Ordner hoch und starte den Server neu. Nummer 1. Griefer identifizieren Aktiviere den Inspektionsmodus, indem du den Befehl slash CEO-Inspect ausführst. Sobald du mit einem Linksklick auf einen Block klickst, siehst du zum Beispiel, dass Charlie S1907 diesen TNT-Block vor etwa 5 Minuten platziert hat. Wenn du jetzt wissen willst, ob ein Block abgebaut wurde, dann kannst du einfach einen Rechtsklick mit einem anderen Block auf die leere Stelle machen. Kommt dir eine Kiste erstaunlich leer vor? Kein Problem! Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf die Kiste. Jetzt siehst du im Chat, dass zum Beispiel Charlie S1907 Items aus dieser Kiste genommen hat. Das funktioniert bei allen veränderbaren Blöcken, wie bei Fässern, Trichtern, Versteckern und so weiter. Mit slash CEO-Inspect deaktivierst du den Inspektionsmodus wieder. Nummer 2. Schäden rückgängig machen Um einen Schaden rückgängig zu machen, tippst du slash CEO-Rollback in den Chat ein. Dahinter gibst du dann verschiedene Parameter ein, damit das Plugin weiß, welche Aktionen es rückgängig machen soll. Starte mit User-Doppelpunkt und dann den Namen des Spielers, der gegrieft hat. Als nächstes legst du mit Time-Doppelpunkt die Zeit fest. Gebe dahinter zum Beispiel zwei Minen für zwei Minuten oder ein Haar für eine Stunde ein. User-Doppelpunkt und Time-Doppelpunkt müssen zwingend festgelegt sein. Optional kannst du mit Radius-Doppelpunkt den Radius festlegen, in dem die Schäden wieder rückgängig gemacht werden sollen. Sende den Befehl ab und nach wenigen Sekunden wurde alles wieder rückgängig gemacht. Nummer 3. Der Undo-Befehl Falls du mal wieder zu viel wiederhergestellt hast, kannst du mit slash CEO-Undo die letzten Aktionen rückgängig machen. Das war's mit dem Video. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr gerne unseren Discord-Server joinen oder ihr schreibt einfach einen Kommentar. Wir freuen uns schon auf das nächste Video. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.